Herzlich willkommen zurück zum dritten Teil. Ich bin Widi und heute zeige ich euch, wie man Getreide anbaut. Noch ist es eine finstere Nacht draußen und wir nutzen einfach die Zeit jetzt einfach mal, um noch mal ein paar Werkzeuge herzustellen, die wir gleich brauchen werden, um Getreide anzubauen. Und zwar gehen wir hier zur Werkbank und da ich ja jetzt schon Eisenbarren habe, kann man diese Eisenbarren in dieser Reihenfolge hier ansetzen. Raus kommt ein Eimer, den brauchen wir gleich noch. Eimer sind wichtige Utensilien in dem Spiel. Ich baue mal gleich zwei Eimer, das ist immer ganz gut. Mit diesen Eimern könnt ihr Wasser transportieren oder auch Lava. Wasser ist eben halt sehr wichtig auch in dem Spiel, gerade wenn man irgendwas anbauen möchte, Getreide etc., dann braucht man eben halt Wasser. So, als nächstes, damit wir nicht ganz so schutzlos irgendwie dastehen, baue ich mir mal ein Eisenschwert. Das macht man, indem man einen Stock nimmt als Griff und darüber zweimal Eisen. Das gleiche kann man auch mit Holz oder auch mit Stein machen. Raus kommt eben halt jetzt in dem Fall ein Eisenschwert. Das nutzen wir einfach mal zu unserer Verteidigung. Jetzt können wir uns auch noch mal rauswagen. Oh, es wird sowieso schon hell. Wunderbar. Tür zu. Raus aus der Bude. Hier nochmal ein bisschen Licht machen. So, links und rechts. Und auf geht's. Getreide anbauen. Als erstes brauchen wir ein bisschen Platz. Und natürlich auch Samen. Mal sehen, ob ich jetzt noch ein paar kenne. Hi, was war das? Heurika. Ich werde beschossen. Da, ein Skeleton. Der schießt immer mit so einem beschissenen Bogen. So, platt gemacht. Oh, oh, oh. Sieht nicht gut aus für mich momentan. Hunger und meine Lebensenergie ist auch gleich weg. Autsch. Schon wieder. Nanu. Okay. Der ist da hinten eingesperrt. Wir machen jetzt einfach mal Platz. Hier. Um die Breide anzubauen. Was fiebst du? Ach, ne Fledermaus. Hui, ne Fledermaus. Na? Was willst du denn von mir? Geh weg. Hau ab. So. So, 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 so. Wunderbar. Den Baum, den wir gepflanzt haben, machen wir auch mal wieder weg. Und zack. Ein Zombie. Oh mein Gott. Seht ihr? Der Zombie tritt ins Licht und verbrennt. So muss das sein. Komm. Komm. Hey, da ist ja noch einer. Noch ein Zombie. Und der hat eine Schaufel in der Hand. Toll. Abgefahren. So, die hätten wir erstmal erledigt. So, weiter geht's. Wir müssen hier irgendwie Platz machen. So, jetzt haben wir Platz gemacht. Hui, Schneebälle. So, da wir jetzt Platz haben. Wir müssen hier mal einmal kurz. Oha. Der Penner da hinten, der nervt. Mal sehen, vielleicht kann ich ihn mit dem Schneeball ärgern. Mal schmeißen. Schneeballschlacht. Du hast keine Chance. Naja. Spaß beiseite. Also, wir brauchen Wasser. Wasser. Schnell mal eben hier einmal Wasser holen. Hui. Okay. Wasser. So. Da wir jetzt Wasser haben, nehmen wir uns hier mal so einen kleinen Wassergraben hin. Und dann packt ihr das Wasser einfach auch wieder mit Rechtsklick einfach mal hier ran. Und es entsteht gleich so eine Art Strom. So. Als nächstes müssen wir hier mit unserer schon erstellten Sense einfach mal den Boden kultivieren. Also, mit Rechtsklick könnt ihr hier den Boden kultivieren. Wie ihr hier seht, ja. Es muss auch immer an einem Wassergraben anliegen. Also, zwei Felder werden auf jeden Fall immer bewässert dadurch, soweit ich es recht in Erinnerung habe. So. Und, sobald es kultiviert ist, dieser Boden, könnt ihr das Ganze dann mit diesen Gras-Samen, die wir vorhin schon erlebt haben. Scheiße, das Wasser gefriert hier. Das ist nicht gut. Ätzende Ecke. Naja. Man kann auf jeden Fall auf diesen kultivierten Boden kann man dann die Samen packen. Und rauskommt später Getreide. Hunger ist quälend. Ich bin fast tot. Ich hoffe, dass die Nahrung schnell genug wächst. Dass sie überhaupt wächst. Ui. Nice. So. Jetzt habe ich nochmal einmal einen Samen gefunden hier. Jetzt müssen wir hoffen, dass das Wasser hier nicht einfriert. Und in der Zwischenzeit gehe ich schon nochmal los und gucke, ob ich nochmal ein Hühnchen finde. Ein leckeres. Ein lecker schmecker Hühnchen. Wir nehmen nochmal einmal ui, glatt hier Wasser mit. Und wir schauen einfach mal nach. Um den Weg wieder zurückzufinden habe ich folgenden Trick. Man kann hier jetzt zum Beispiel Samt nehmen. Ja. Und sich so einen kleinen Turm bauen. In der Mitte packt ihr euch hier so eine Fackel hin. Und dann findet ihr ja praktisch den Weg wieder zurück. Ja. So. Ist schon wieder ein Herz verloren. Macht nichts. Wir gucken einfach mal, ob ich noch ein Hühnchen finde. Lecker, lecker Hühnchen. Das war in einer anderen Richtung. Hier lang. Mal schauen. Wäre nicht schlecht. Hunger ist da. Ich weiß gar nicht, ob man den Pilz so essen kann. Ich probiere es einfach mal. Nee, geht nicht. Ich weiß gar nicht. Chiki, chik. Chiki, 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 chik. Hier war Chiki irgendwo. Da. Da. Ja. Nahrung. Hallo. So. Da hätten wir jetzt erstmal ein bisschen was eingesammelt hier an Nahrung. Schöne Sache. Schnell zurück. Ins Eigenheim. Selbst gebaut. Selbst finanziert. Und. Ja. Da ist der Turm, den ich gebaut habe. In diese Richtung geht es nach Hause. Wunderbar. Ja. Mit Getreide wird wohl nichts. Es ist einfach zu kalt hier. Leider. Naja. Wir haben ja jetzt Hühnchen. Uns wird auch Zeit, dass ich was esse. Bevor ich sterbe. Schnell zum Ofen. Und schnell mal ein paar Hühnchen gebacken. Hohle ich mir dann ab. Das kocht von selbst. Hausfrauen brauchen wir nicht. Hausmänner auch nicht. Das geht alles von alleine. Hausfrauen brauchen wir nicht. So. Ja. So weit, so gut. Ich mach hier nochmal ein bisschen was Kultivierung zu arbeiten. Ich hoffe, dass das wenigstens zu Demonstrationszwecken erst einmal ausreicht. Also hier ist es zu kalt, um flüssiges Wasser einfach dauerhaft etablieren zu können. Hier unten funktioniert es komischerweise. Aber es ist auch vieles, wie ihr seht, hier auch viel gefroren. Naja. Soll erstmal reichen. Für den Anfang. Rein in die gute Stube. Das Essen ist mittlerweile fertig. So. Satt gefressen. Jetzt steigert sich auch wieder meine Lebensenergie. Ja, genau. So ist das gut. So muss das sein. So. Bauen wir uns hier einfach nochmal ein zweites Standbein auf. Mal gucken. Nochmal einen zweiten Fluss bauen. Kann nicht schaden. Setzen wir da nochmal mit rein. So. Es wird schon wieder dunkel. Nochmal ein bisschen Gras sammeln. Ähm. Hier. Samen sammeln. Das ist wichtig. Oh. Habt ihr das gehört? Das war eine Spinne. Hangulier muss eine Spinne sein. Tschicky. Ja. So. Sind wir wieder zu Hause. Es wird dunkel. Ich geh mal wieder rein. Vorher werde ich allerdings noch hier mein Feld ein bisschen beleuchten. Und das Wasser ist schon wieder eingefroren. So, schauen wir mal ob das reicht, weiß es nicht, vielleicht muss man hier auch einfach nur mal genug Feuer hinpacken, ich weiß es nicht, wir werden sehen. So, das war der dritte Tag, rein in die gute Stube und ich hoffe es hat euch auch diesmal wieder gefallen. Euer Weedy ist für den dritten Tag jetzt raus und vielleicht sehen wir uns ja am vierten Teil. Bis dann!